Die drei besten Frauen, die nominiert sind für den ersten Swiss Country Music Female Award in Switzerland. Die drei Frauen präsentieren sich jetzt hier, und zwar in einer Form, weil wir sie eigentlich noch nie gesehen haben. Und jetzt wird ihr topende Tausender-Clap, bereitst du uns an einen klüpfigen Applaus hören für die ersten von den drei Frauen auf der Bühne. Will you please welcome, the one and only, Jennifer Weatherly! One thing here, I do want to say one thing. No matter what happens to you, Serana, the important things that we're all here together, we have one common goal in mind, and this is red love, good feeling, and a whole lot of country music. I'm very proud to be here, among my peers and among my friends. And this last song I'd like to do for you tonight is a song I've been singing for over 30 years. That's right, I started singing it when I was six months old. It's amazing how that goes. With this skirt. This is an old, old gospel song. It was written by Porter Wagner, believe it or not. And it means a lot to me when it's called, when I sing for him. When I sing for him. When I sing for him. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 I sing for you in the same hallelujah When I move to my new home Hallelujah How the angels will be singing Hallelujah Hallelujah When I sing for you When I sing for you When I sing for you Jennifer Weatherby Jennifer, this is for you Thank you Jennifer Weatherby Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Musik 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 Applaus Drs. Ackerman The best of Switzerland Damit die Sache weiter geht fehlt der Seger-Nummer-Nummer die dritte nominierte Und sie musste jetzt wirklich am weitesten anreisen. Sie wollte auf der anderen Seite der Schweiz. Und sie ist wirklich eine dieser Frauen in den letzten, mehr als 10 Jahren. Ein wirklich schöner Gewinn für diese Szene. Man hat nicht zu viele Frauen in der Schweiz für die Szene. Und wir sind so stolz, dass sie heute Abend dafür präsentieren. So lange sie reisen musste, so stark ist jetzt hoffentlich der Applaus, wenn man sie hier auf die Bühne bitten. Sie holten auch die Stange durch. Please welcome the one and only Britta Tee. Ich weiß, dass die Bühne und die Bühne sind. Ich weiß, dass 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 die Bühne sind. Ich bin wirklich stolz, zu den drüben Nominierten zu hören, wenn man vor allem Doris Ackermann und Jennifer Waverley in einer Reihe genannt wird, das ist wirklich für jede. Ich möchte auch noch Tony Lewis and the Shooters Fans danken für das, dass sie auch für alle Stars oder alle Acts oder alle Nominierten Musik machen. Ich finde, das ist auch ein Applaus wert. Tony Lewis and the Shooters! Dankeschön. Vor einigen Wochen hat diese ganz traurige Mitteilung erleicht. Mitteilung über jemanden, der leider Gottes Followers gegangen ist. Jemand, der die Country-Szene auch in Europa gemacht hat. Und eine Senderin, die wir alle, auch nicht, die Country-Lose kennt und geliebt haben. Und für mich ist es eine ganz grosse Ehre, einen Song mit Doris Ackermann und Jennifer Waverley zusammen zu singen. Und ich hoffe, ihr unterstützt uns bei dem nächsten Song. Und ich möchte damit natürlich auch einen riesen Applaus für Doris und Jennifer Waverley auf die Bühne mitgekommen. Come on! Ladies! 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 Fields! Tänk! Schön! Thin! Melissa! Hallo! Tänk! Die Ciao! Glocken aseg posts 핫ambassin! 465ist L coordin auf 4hzer! Wir werdenced. Danke schön! Schönen guten Tag! Doris Ackermann! Bitte schön! Und so sieht es aus. Schau mal! Das ist ein echtes Mikrofon. Das funktioniert. Die Frau, die das bekommt, kann nachher wieder Elvis ... weisst du das? Das funktioniert echt. Das kann man anschliessen. Ihr kennt es von den Oscars, von den Grammys. Wer wird jetzt diese Auszeichnung präsentieren? Wir haben gesagt, für die Frauen muss es. Es sollte schon einer sein, der singen kann. Dann haben wir gesagt, es sollte einer sein, der man kennt. Dann haben wir gesagt, es wäre vielleicht noch gut, wenn er auch schon eine Platte rausgegeben hätte. Und als wir dann noch gesagt haben, jetzt müsste er noch schön sein. Da gibt es nur noch einen, es ist wirklich der Schönste. Es ist eine riesige Katzenfalle. Es ist eine sympathische Liebe. Wirklich eine Liebe. Und es ist ein besserer. Und auch sehr gut begrüssen hier auf der Bühne. Rolf Röckenbass. Rolf, ich gebe dir das Kuh her. Und jetzt, du bist der Erste in der Geschichte der CMFS. Ganz speziell. You're sure. Danke vielmals Jörg. Guten Abend miteinander. Ich bin natürlich stolz, dass ich das Abend übermähe. Und ich hoffe, dass ich es auch gut rüberbringe. And the winner, Female Vocalist of Art in Switzerland, Miss Jennifer Winery! Ich bin gespannt! Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.